Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwanzläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belande, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich! Ich freue mich! Vielen Dank.